In den USA haben in mehreren Städten Tausende gegen die Aufhebung des liberalen Abtreibungsrechts durch den obersten Gerichtshof demonstriert. In den Vereinigten Staaten stehen Zwischenwahlen an, die regierenden Demokraten kämpfen um ihre knappe Kontrolle über den Kongress. Das Ergebnis der Zwischenwahlen könnte entscheidenden Einfluss auf die Zukunft des Abtreibungsrechts haben.